Willkommen zu einer weiteren Folge von einfach Modellbau. Mein Name ist Dieter und ich möchte euch heute meine F117 vorstellen und zwar dieses Modell hier. Dieses Modell besteht aus Deporn und aus einer Folie aus Polyesterfolie, die nur 0,175 mm dick ist. Die Tragflächen sind aus Deporn und der Aufbau ist aus dieser Folie. Diese Folie wird einfach ausgeschnitten und nach einem Faltplan gefaltet und dann wieder zusammengeklebt. Das hat den Vorteil, es geht sehr schnell, es ist sehr schnell gebaut. Ich denke etwa so in vier bis sechs Stunden ist das Modell fertig und es ist sehr leicht. Der Bauplan und der Faltplan sind völlig kostenlos. Der Bauplan besteht aus ungefähr 70 Baustufenfotos, also das kann wirklich jeder. Diese F117 ist sehr leicht. Sie wiegt etwa 130 Gramm und hat eine Spannweite von 50 cm und ist etwa 70 cm lang. Spannweite von 50 Sekunden. Spannweite von 50 Sekunden. Spannweite von 50 Sekunden. Spannweite von 30 Sekunden. Spannweite von 40 Sekunden-Lasθηg hormachenourcenfreundeträgenfektorfen pingstvu Adventsfriedeser und 1 Sekunden Wennne überlegen,献s WHich kommt der Näht ihr die 200 Sekunden und Aujourdung weiterb 부anken,ividades pä Besーー! Ch symbollte alle E McL? Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018